Vorher willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Ich bin Baloui, mit dabei ist der Nisch, der Sora, der Gati, der Oni. Und äh, hab ich alle? Der Nisch, der Sora, der Gati und der Oni. Ja, alle da. Und du? Und ich bin Baloui. Und ich spiele Xerras heute. Baloui wird schon paranoid, nachdem Fingst Leute vergessen hat. Ja, darf man dann auch, glaube ich, sein. Ja, also. Also Nisch, meine Q ist ein... Hast du gerade geflasht? Geflasht. Ich hab mich gleich geflasht. Wieso sehe ich eine Aura, wenn ich in deiner Nähe bin? Das ist das Schild, ne? Das ist das Schild, ja. Oh, da ist der Gangplank-Nisch, hast du gesehen? Ja. Also das Q ist ein Knock-Up. Okay. Meine, äh, W ist ein... Also ich dash zum Gegner hin und knock ihn weg. Und meine E ist... Achtung, das ist alle! ...ein Feld um mich drumrum. Was? Das, äh, ähm, nach einer gewissen Zeit dann die Leute... Nach ihnen da, so nehmen wir es mal raus. Die sind in Red Park raus, skatig. Weil sie bleiben hier und wollen noch mal in den Schäden. Komm zurück, lauf ein bisschen. Die sind raus, genau. Ne, wollen sie nicht. So jetzt. Weg! Da, 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 da. Fuschen komplett die Lane. Ja, irgendwas werden sie sich dabei denken. Irgendein Blödsinn. Und zwei Champs, die halt im early game extrem stark sind. Ja, und beide Pro Champs. Ja. Ja. Brutzel. Jeder muss zahlen. Jeder muss zahlen. Okay, dann sag mal, was ich zahlen muss. Fünf Euro? Ach, dass der mit den blöden Fässern. Oh, die Nervensäge ist das. Oh, 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 oh. Ah. Psst. Alter. Man, 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 ich hab' man, man. Du kriegst Besuch, Uni? Und zwar Feindlichen? Also, es kommt nicht im Garten vorbei. Das heißt, er ist Top-Lane, okay? Ach, nervt doch mit deinen behinderten Fässern nicht so rum. Kollege. Ah. Er hat bisher jede Elektro-Kobo von mir gefressen. Das ist so, was ich eigentlich im Normalfall probiere zu machen. Ich... Ja. Okay. Zack, 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 brutzel, brutzel, brutzel. Na, wenn er noch so ein bisschen weitermachen, ein bisschen mehr Elektro-Schaden von mir kassiert, dann ist er bald tot. Aber der kann sich immer hochheilen, ne, durch Futtern. Alter, kriegt der Schaden. Komm, bleib mal hier, bitte. Oh, nice. Sorry, ich muss dafür flashen. Alles gut? War es dafür, dass du ein Kill gekriegt hast? Ja. Die gesamte Axt, das war es nicht wert. Schäm dich. Auch noch First Blood. Ja, echt schämlich, sag ich doch. Die nutzen hier, also der Typ in der Mitte nutzt den Clapton Manz, das ist überhaupt gar nicht gerade. Doch, jetzt mal, wenn er dich queued. Ja, er queued mich halt nicht ein einziges Mal bisher. Das sag ich ja, ich sag das ja nicht umsonst. Der, der trifft, der kriegt doch jeden Blitz von mir ab, also wirklich nahe zu jedem. Der queued auch immer sonst irgendwen hier. Achtung. Oh, fuck. Mit ist jetzt Mist, der kann runterkommen, Anne ist wieder da. Soll ich runterkommen, oder? Die war lieber da gerade. So, Beck, ich hätte 1,300. Ja, ich habe gerade den Mana, deswegen ja. Back, back, back. Wenn jetzt noch kein Wohntorfen, aber... Wenn die die jetzt hinterher gekommen, wäre er tot gewesen. Hä, was sieht denn das jetzt hier jetzt? Die sind alle da, die kommen alle. Leider kein Wort kaufen können, sowas. Auch nicht. Mann, hat der ein Glück, dass ich keinen Mana habe. Von nah. Trifft mich halt jedes Mal mit ihrer Tricks-Kuh. Ich würde gerne die Drachen machen, aber... Was sind so viel? Ja. Gefühlt, ja. Fünf Tricks. Nein. Mit vier wird knapp. Oh, verdammt. Okay. Ja, könntest du es schaffen. Ich habe gerade meine Ulti verkauft. Wir kommen selbst kurz zu uns ganken und wir gehen dann drauf. Garotty. Und wenn sie interessiert. Ja. Dann komme ich kurz euch runter. Wenn sie kommen. Ich weiß nicht, ob sie rauspushen. Worte kurz? Er wardet auch. Was will es weg? Noch nicht. Ich habe wenigstens ein Plating dafür, dass ich so verkackt habe. Das hätte ich verdient. Eigentlich nicht. Aber ich nehme es trotzdem mit. Prob ich hin. Garotty. Garotty geht vor. Ach, Schalke. Sehr gut. Brutzeln. Er hat ihn zumindest bekommen. Das ist zum Schluss. Ja, aber es hat halt einen Kill gekriegt. Das war bis zum Schluss. Ein Brand. Wer hat wen gekriegt? Hat irgendwer was Gutes gemacht? Garotty hat Brand bekommen und Brand hat ihn bekommen. Oh, okay. Wer war zuerst? Okay. Ich. Nee, wer jetzt? Der Brand ist zuerst gestorben. Der Brand ist zuerst. Ja, das war die Frage. Gut Job. Eigentlich, oder? Würde ich sagen. Er hätte nicht diven dürfen. Also, semi gut. Also, böse? War das böse von... Böse Gati. Ja, sonst gehen wir erst zum Mitteln besuchen. Ja, kann doch gerne machen. Der ist dumm wie Bodensproh. Oh, super. Das ist schon okay, was er gerade macht. Nein, nicht auf meinstern raushauen. Oh, die Lappen, ey. Sehr gut. Gut Job. So, warte hier. Wartet ihr gerade? Langweilung, oder was? Wir haben ja eigentlich einen Break machen. Ach so. Ja gut. Man gedacht. Komm, komm wir mal mit. Gati war noch nicht da. Okay, das war eigentlich ziemlich nice Aktion, wenn wir ehrlich sind. War wirklich gut. War cool. Hätte ich gern öfter so was. Nehmen wir mal den nächsten Play Ding. Gati kannst du versuchen, die Drachen und so am Ende zu smiten. Genau, jetzt muss man noch lernen, weil es könnte halt passieren, dass der Gegner sich halt einfach überlegt, wenn du losst, mein ich den weg. Nur so ein Tipp, war ja jetzt keiner da, aber es kann halt passieren im schlimmsten Fall. Ich will es halt optimal ausnutzen, ne und das tue ich halt nicht, wenn ich dann am Ende mache. Ja, du brauchst du nicht optimal. AHHHHH! Also wenn du bei 500 einen 600 Smite drauf machst, ist es halt sicherer. Es war aber jetzt in Ordnung. Ja, aber fürs nächste Mal, wenn du es gegen habt, ist es halt so gefährlich. Es ist halt wichtig, dass er es macht, wenn der je in der Nähe ist. Gerade bei PS-Vile als Gegner haben, ist es halt auch relativ sinnvoll, weil der könnte es weg snipen. Wenn der falsch smite ist. Der hier ist Level 5 im Übrigen, wenn es interessiert. Wir haben Angst vor dir, Sora. Garti, ich bin nicht oben. Ja, ich habe es gerade gesehen. Agati, ich bin am Tower, weißt du. Äh, ja, das ist zu weit. Hallo. Hallo. Woffen. Fies. Ich könnte weg, ich habe 1500. Wenn das weg. War falsch. Oder? Jetzt. Ich bin da wieder mit seinen blöden Fässern. Betrifft mich nicht. Kollege, mein Herr. Oh, komm. Fucking Ulti. Oh, ich bin dauernd. Oh, ja, klar. Oh, Mann. Die Brand Ulti ist halt ätzend. Hä? Scheiße, die kam nicht. Oh, die kam nicht unter Slythe. Er hat uns gerade gekillt. Alle lowlife waren, das hört es mich so an. Ja. Sorry, Gotti. Da hat ein Mühe gefehlt, dann hätte ich ihn executen können. Aber du hattest leider keine Ruhe gehabt. Ab jetzt hätte ich es auch gekonnt. Ich habe sie auf sie gefeuert. Ja. Gut. Dann. Plus, S ist vor Brandt gegangen. Shit. Hat ihn damit gesaved. Brandt ist vor S gegangen, meinste? Ne, andersrum. Brandt war ja fast tot, wo wir ihn gecatcht haben. Okay. Na gut. Hier, hier. Ich werde ihn einfach irgendwann zu Tode blitzen hier. Oh, fuck. Das war schlecht. Ach komm. Ja, weg so weit. Wurde, ich hatte mich das erste Mal getroffen. Okay. Ich muss mich verstehen. Ja, ich habe eigentlich die Kuh hinterher gefeuert, aber es ging nicht schnell genug. Das zum Beispiel gerade wäre eigentlich nicht Nisch sein Farm gewesen, sondern es hätte eigentlich gar die nehmen müssen. Aber ja. Also fairerweise. Ähm. Es geht, geht irgendwo hin, aber nicht bleibt nicht bei mir. Hast du die Fläche gesehen? Soll ich runterkommen? Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Jetzt nicht mehr. Wir haben dich gesehen. Control Ward. Den musst du klären. Da macht ihr Wort weg. Da ist der Wort drin. Wir haben das die ganze Zeit auf mich geschossen, deswegen. Ja. Ja, ne, alles gut. Alles super. Aber dann gehe ich mal zu meinem Red. Der noch nicht da ist. Komm doch jetzt. Komm doch jetzt. Kollege, lass mal die Finger von meinem Tower, ja? Meine Kehle ist weg, ich weiß nicht, wo sie ist. Mir ist auch gerade ein bisschen Mist. Weg, weg, weg. So wahr. Komm. Komm. Ja, aber das ist wieder. Nicht Inten, bitte. Hey. Ja, alles gut. So war doch nicht. Oh, Mann. Könnte einfach mal durchgehen, das Ding. Ich schnapp mir mal den Drachen hier, ne? Mach das. Kannst du auch kurz runterkommen. Ah. Ja. Ulti, dem ich unterm Tower. Mittels Miss. Jetzt. Warte. Ja, gut. Versuch, wenn du kommst, über die Büsche zu laufen. Gartig. Das ist wieder gewordnet. Ich seh ihn nicht mehr, ne? Ja, der ist jetzt weg. Wolltest du ihn alles trinket? Ach, schade. Hat gewordnet. Wolltest du das Red trinket? Wolltest du das Red trinket? Ja, ich weiß nicht, ob das gerade noch eine gute Idee ist. Sie hat gerade keine Oberhandlung, oder doch? Aber man kann ihn ja baiten. Äh. Ja, das ist jetzt. Das ist nicht gut. Na, jetzt ist es doof. Du Mann, eigentlich. Ich komme auch, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Gang kommt, Gang kommt. Sehr gut. Sorry, ich wollte nicht spielen. Alles gut, alles gut. Komplett in Ordnung. Den habe ich in dir gelassen. Oh, oh, da kommt was. Da kommt ein Hi. Vorsicht. Alter, das ist nicht gekriegt worden. Die Brand-Ult hat halt ordentlich wehgetan. Ja. So krass wie die beiden anstanden. Die du ich zurück bei Louis. Naja. Mach ich vor. Wort gekriegt. Garde geht da immer noch drauf, ne? Nur so. Ja, das ist. Danke, aber. Ich hätte immer halt nicht viel machen können. Naja. Haben wir Back danach, Sora? Lass uns Back, bitte. Hast du Hilti? Nee. Nee, gerade deswegen. Wir haben den Drachen gekriegt und einen Kill, aber dann haben wir leider wieder einen Kill eingebüßt. Und einen Tau verloren. Ja. Komm auch. Gatti, bist du noch da? Dann geh drauf. Ja. Komm, wir gehen da zusammen drauf. Der hat irgendwie keinen Kill angekriegt. Nee, der macht seine Ruhe. Er musste nur weglaufen. Die Ulti hat am besten kurz aus der Range laufen und dann wieder zurückgehen. So hat sie mich vorhin auch unterm Turm gekriegt. Mitte ist Miss. Ehe Mitte? Ja, der ist hier. Ja. Na gut. Na gut. Ah. Warte, ich werde kurz noch. Aufpassen. Ja. Ich bin meiner Ulti denn nie kriege. Ist das ärgerlich. Nicht einmal kurz weg. Oh Scheiße. Ja. Ich bin aber auch noch geflasht. Also ich war schon weg. Oh jeesda. Oh shit. Lauf, lauf, lauf in meine Richtung. Daher nix gegen dich. Ach, schade. Nicht in der Herr, nicht in die Caddy. Shit. Ich denke, Black ist oben bei mir jetzt. Oh oh. Haben wir ein Problem. Ich muss back, Sora. Äh. Könnte mal irgendwer hier in die Mitte helfen? Ja. Zum Glück hat er es hier keine Ulti mehr. Ja die hat... Meine Herren ey. Pass auf Oni, die könnten zu dir kommen, auch wenn der Yi super super low ist. Nee, er kommt nicht zu dir. Keine Sorge. Aber die Caddy ist da. Spannend hier diese Runde. Mein Problem ist, ich brauche Farben. Und ich krieg den grad nicht. Ja ja, ist schon klar, ne. Farben. Wie jeder. Solange du im Level ahead bist, ja. Das Problem ist, du musst halt ein bisschen mehr Warden. Also, was heißt mehr Warden? Du musst halt ein Control Ward immer irgendwo aktiv haben. Das alleine hilft zum Beispiel schon. Massiv. Botlane SS. Kayl ist wieder bei mir. Wie läuft denn eure untere Lane so im Schnitt? Gangplank ist miss? Eher so mäh, weil die Gegner kann. Nee, wir sind vorne, aber... Gangplank ist wieder da. Wie ist... Ja. Unfieden. Ist aber geworden wieder. Ah, der ist so schnell, der Typ. Ich setze ja mein Control Ward mal hin. Ich setze jetzt mal eins hier. Ach komm. Kayl ist miss. Wah! Er macht Schaden. Mein Ding. Er hat's an Trinity Force grad. Nee, die hatte ich nicht mal mehr getroffen. Alter, ne Mühe länger, da hätte ich mich schielen können. Oh shit. Okay, Kayl kommt zu mir. Ich seh's gerade. Nee, die ist da beim Buff. Nee, die wartet am Blue. Ja. Könntest du... Zweit schaffen wir sie nicht. Zweit schaffen wir sie leider nicht. Er hat halt auch alles eingesetzt. So war. Ja. Das Problem ist, wenn die jetzt den Blue klaut, wollen wir da was machen oder eher nicht so? Ja, Blue ist ab. Das Problem ist halt, Estrin hat er leider nicht bekommen. Ah, ich wollte ihn nicht angreifen. Stopp. Ja, das war ein Fehler. Ich hab nicht gesagt, du sollst Blue machen. Du sollst Kayl die machen, aber ich komm auch. Ja. Ulti rein und Tower Dive. Aber die kriegste. Auf jeden Fall krieg ich die. Och Mann! Entschuldigung. Ich hab noch nicht einen einzigen Kill. Doch, einen hab ich. Okay, Entschuldigung, haben nichts gesagt. Ja. Sei nicht so fies, ich will auch was haben. Alter. Der drückt mir halt so viel Schaden. Nicht nur dir. Wir haben halt zwei wo Damage machen hier. Auf der Bot Lane. Er macht halt mich kaputt, bevor er dich kaputt macht. Ah, ist ein Yi. Hoffentlich hat der nicht allzu viel Farm, ey. Sonst wird das noch eine fiese Partie werden. Der Yi hat gut Farm. Komm! Der war vorhin beim Drake, habt ihr gesehen. Ach komm! Mann, da klappt aber auch gerade gar nichts. Ich bin wieder back. Außer bei Louis. Hier ist Gangplank. Oh, wie konnte ich denn den verfehlen, alter. Ich kann nichts mehr. Ne, 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 pass auf. Das ist lieber safe. Alter, der Print ist ätzend. Ja, ich muss back. Dann kackst dann. Okay, ihr macht nix. Okay, ihr kriegt noch n... Über die Kneipe hat sie weggekommen. Okay, kommt auch noch dazu. Ah, die Wunder ist schon wieder over. Ey, das stimmt gar nicht. So reich. Es geht noch. Könnte schlimmer sein. Wenn du ihn innen würdest ab und zu... Wenn Sura einmal auf hinter liegt, dann direkt... Ah, alle Scheiße. Ja, vor allem er intet zähl gern. Nicht mal deswegen. Kriegt ihr den da nicht, ey? Ich komm nicht mehr ran mit Kayle. Boah, really. Ja. Ja, genau. Ach, Mann. Aber ich hab nicht so ein aufgeholtem Level. Ich könnte der Mensch eine Hilfe brauchen, glaube ich. Oh, nein. Okay, okay. Dann kriegst du Hilfe für die Gegner. Ja. Ja, ja. Hab ich schon gemerkt. Ja, okay. 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 Ist klar. Sonst noch was? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Nächste Runde. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Scheiße. Ja, hab ich nicht gesehen, dass die von oben runtergekommen ist. Das war fies. Warum geht ihr überhaupt nicht mehr? Die werden komplett Mitte durch pushen wollen. Äh, nicht durch pushen, aber mit Tower machen wollen. Das werden die sich nicht trauen, glaube ich, ey. Das schaffen die doch gar nicht. Boah. Die gehen grad' runter? Alter, wie viel Schaden macht der Brand denn? Hä, was denken die? Meinen die, wir würden denken, die würden einen Drachen machen? Der ist nicht da. Der Drache ist aber nicht da. Ja eben. Wissen die das nicht? Wie denken wir wissen das nicht? 1,40. Also wir haben Zeit. Ja, ja. Dann hätte ich mal Infinity Edge. Äh, KDU. Ja dann, go. Sie haben sie aufgeteilt. Unten ist sie. Denken wir uns vielleicht bloß ab, dass der da unten den Tower machen kann. Stimmt. Stimmt. Kannst du das da helfen oder? Weiß ich nicht. Nicht, wenn noch eine KD kommt. Jetzt. Ja, wie soll ich denn dagegen was tun? Wenn ohne ihn nicht mal sagt, dass die kommt. Boah, du ja. Er war fast tot. Ja, fies. Achtung, die kommt hoch. Hei, 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 hei. Die ganze Zeit nicht einmal gestorben. Komm, spiele ich mit eurem Team, sterbe ich an Dauer. Ich will auch mitspielen, ich will auch mitspielen, ich will auch mitspielen. Hm. Ich denke, die gehen zu Uni. Ja, die sind bei mir auch. Ich denke, die gehen barren. Aber es könnte auch ein Bait sein. Also vorsichtig. Oh nein. It's a Bait. Das Problem ist halt wirklich die, genau der. Wir kriegen den nicht down. Und er macht halt massiv Schaden. Die gehen in Richtung Mitte. Oh. Da sind wir hier hin. Machst du hier hin? Wer war denn das gerade mit dem Burst? War das Ding? Right. Hä? Ja, der Supporter. Das ist halt löchertig. Habt ihr denn schon wieder hier gefeedet ohne Ende? Das lustige ist, der war am Anfang sogar low. Mitlein wird komplett zerlegt? Ja, ja. Kann auch nicht viel allein machen. Ne? Was lustig ist, wir haben denen ja am Anfang gar nichts gegeben. Wir haben den nur auf die Fresse bekommen. Nur da brauchst du ein, zwei Items und schon macht er Schaden. Das ist nicht wenig. Die werden den Indip holen wollen, oder? Oder gehen barren? Wir haben ja natürlich überhaupt keine Wards aktiv. Null. Weil wir nicht rauskommen bei Louis. Wenn du jetzt rausgehst, sind wir tot. Ja, ne. Es geht um die Control Wards, die halt dauerhaft aktiv sind. Nicht die, die andauernd setzen muss. Die sind auch nicht dauerhaft aktiv. Sobald sie... Ja, solange sie keinen Gegner sieht. Aber wollen wir nicht mal zum Baron gehen? Nur mal so? Na gut. Ne, sie haben den Drake gemacht. Okay. Ich würde gerne zum Baron gehen. Ne. Oh, sie kommen wieder. Richtig. Ja. Die Kaelen mit neuen Kills ist halt auch ein bisschen artgefriedet. Oh, verdammt, ey. Valour, welche? Hab ich ready? Doch, hab ich ready. So? Ja, so. Hättest du sie nicht weggeschlagen, wäre sie auch so gestorben ohne Udi. Wollte ich nur gesagt haben. Weil ich hatte sie... Ich hatte gerade meinen Stun eingesetzt. Ja, lassen wir halt den Tor auch noch zerhackstücken. Von Meister... Ja, wie gesagt, Kael ist halt auch schon wieder gefeadet. Ja, trocken. Du konntest mich mal wirklich treffen. Boah. Na? Kannst du gehen? Warum? Oh ja, nice. Ja, ja. Ah, nicht zu nahe mehr rein. Nein, nein, meine... Scheiße, verbrenne ich jetzt noch da dran? Ernsthaft? Nee. Ja, so ging es mir auch. Ich würde mich wegbauen und kam eine S-Ray-Ulti. Hui! Alter. Ja. 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 Ach, war das zu schnell? Das zu me sequett playing City oder ob die Pfe Democratic angekommen ist. oh man die kann fast gar nicht rauspushen alle zu mir ja jetzt holen sich baron wir könnten halt hin und sie daran hindern kann man gehen mal zusammen hin alle zu spät ohne tipp lauf war mein fehler ich habe zu lang ist okay hat keiner gesagt dass das einfach wird ich habe noch meine ulti und ich werde sie einsetzen wirst du die ulti auch ja nicht gegen den es war brent aber egal ach so na gut nicht gegen den brand ist genauso mobil wie brand sind alle super schnell hier aber er hätte noch gestorben er wäre noch gestorben ich wollte ihn noch töten eigentlich wieder mal eine runde verloren schön so macht das spaß so Bis zum nächsten Mal.